4...3...2...1... Macht jetzt, kickt die... Ah ja, komm. Lila? Jo. Watt das Ei. Und gleich kriegen wir wieder grüne Ads, bitte nicht zu dem Hinlauf, wenn ihr fixiert seid. Vergesst nicht, Millis, die Totenkopf und X-markierten Ads könnte kicken. So, und jetzt am Rand gehen. Ja, und niemand bei Mond stehen. Und es eskaliert's hier. Macht die grüne Goldbuffen nach. Warte noch mit dem Boss. Warte noch am Rand. Okay. Macht die Goldbuffen nach. Hier, die sterben nicht. Hallo, hier eine Kalkoppe. Hier läutet auf jemanden zu, danke. Und zu Lila. Alle zu Lila. Die zu Lila zu Lila. Alle vom Boss. Habe ich. Mach das Ei. Bitte macht die Ads, die leben noch und suchen die nächsten da. Und grüne. Und grüne. Zieh den Boss weg, zieh den Boss weg, zieh den Boss weg. Okay. Geht grad nicht. Nach dem Ding, ich steh schon drüben. Die Leute, die verfolgt werden einfach nicht zum Boss hin. Alles gut. Miet in der Mitte. Mach die grünen. Okay, lass damit läuft. Talis war direkt danach. Ja, wir hatten schon gezogen. So, okay. Und Summon. Da ist ne Fläche. Frank, das passt. Steht hinterm Boss. Steht hinterm Boss. Oh, jetzt komm. Mach die Ads. Kick die. Kick die. Dann was? Ah ja, komm. Da ist jemand mit der Person in der Mitte. Hi, Lila. Lila. Bewego. Alle zu Lila. Roar. Roar. Mach das Ei. Mach das Ei. Alles gut. Und mach die Ads. Grüne Kaulquappen kommen. Ich hab acht Stacks. Niemand beim Mond. Pass auf die Schuhe auf. Geh hoch. So ein... ähm... Ja. Haben wir noch ein Red. Läuft dann das Schwenk? Ja, 30 Sekunden. 30 Sekunden. Du jetzt... Gut. Mach die grünen Kaulquappen. Schwenk es jetzt durch. Mhm. Das sind die Personals. Alle zu Blitz Personals. Dann nehmen wir noch Kaulquappen. Mach die Kaulquappen weg. Das da nicht von den Kaulquappen hinten. Und zum Mond. Alle zum Mond. Wir ziehen einmal nur ein bisschen durch. Alle beim Mond stehen. Auf dem Mark. Na ja, jetzt komm. Gladiatoren raus. Kickt und killt die anderen. Dann. Und einmal Ei noch. Und danach machen wir Boss. Na ja, komm. Bei Lila wieder. Lila. Go, go. Alle zu Lila. Alle von Boss. Da sind zu wenig. Come on, Leute. Mach das Ei, mach das Ei. Mach das Ei, mach das Ei. Okay, James. So, jetzt noch Boss. Kickt noch die Todkopf und X. Cleave die weg. Und sonst noch den Boss. Gleich, wenn die Anziehung vorbei ist, einfach heilt sie diese Chain, bitte. Zieht den Boss weg von den Kaulquappen. Wir haben nichts. Sagt bitte an, wer anfängt. Leckheim. Trank mit gleich ready. Und ich zieh sie dann gleich, wenn sie ready ist. Zu den Personals. Hi. Alles gut. Alles gut. Alles gut.